Einen wunderschönen guten Morgen auf den besten MRM-CD aller Zeiten. Ich hoffe, die Nacht war soweit angenehm im ruhigen Meeresrauschen und selbst wenn sie das nicht war, dann haben wir eine Lösung dafür. Sie nennt sich Koffein. Heute werden wir sehr viel über Energydrinks erfahren, dank Michaela. In dem Sinne, Prost. Danke, liebe Lea. Auf geht's. Ich habe mich auch natürlich schon versorgt zum frühen Morgen, damit ich jetzt auch wach und fit bin. Also da das Motto ja was mit mehr zu tun hat und jeder weiß, auf so einer langen Reise übers Meer braucht man auch Energie und wenn die Matrosen ein bisschen müde erschöpft sind und nicht mehr rudern wollen oder segeln wollen, könnten ja Energydrinks ja durchaus von Vorteil sein, an Bord zu haben. Und so zu mir, ich besuche gerne solche Chaosveranstaltungen und seit neuer Zeit fange ich auch an, über sehr interessante Themen aller möglicher Fassion Vorträge zu halten. Meine erste Mate war relativ früh, so mit 10, 11 Jahren im örtlichen Hackerspace. Die Aussage meinen Eltern war sehr treffend. Also das Kind Coca-Cola zu geben oder eine Cola, das macht sie ja voll überdreht, aber bei Mate wird sie ruhig. So durfte ich relativ früh schon Mate trinken, wo man ja Kindern eigentlich noch sagt, keine Cola, kein Koffein, weil zu jung. Mein ersten Energydrink hingegen hatte ich erst so mit 28, 29 in der Pandemie. Vorher habe ich gesagt, das Zeug mag ich nicht, das trinke ich nicht, das will ich nicht trinken. Jetzt bin ich quasi abhängig und seit sechs Monaten konsumiere ich Energydrinks in regelmäßigen und höheren Mengen. So, das Wichtigste ist, am Anfang, woher kommen eigentlich Energydrinks? Geschichtlich gesehen waren die USA da am ersten, also als allererstes, die haben schon 1949 energieaufbauendes Erfrischungsgetränk auf den Markt gebracht, so hieß das damals noch, mit Koffein und B-Vetaminen. Und das erste quasi Energydrink mit Taurin, also ein sehr wichtiger Bestandteil bei Energydrinks, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg bei japanischen Piloten eingesetzt, um gegen die Erschöpfung und Müdigkeit bei langen Flügen auszugleichen. Und das hat auch laut den Japanen auch bei den Sehleistungen geholfen. Dazu gibt es keine Studien, aber das wurde den Soldaten so angedreht. Und das erste Energydrink hieß, war Lipovitan und das wurde in den 1960er Jahren auf den Markt gebracht, von der Firma Tachio Pharmaceutical Limited, sind 100 Milliliter Dosen, also relativ wenig, aber es war halt eben nur Taurin drin, auch als Lipovitan D, M-Lip und so weiter verkauft, also in mehreren Namen. Es ist eine 100 Milliliter Flasche beziehungsweise Dose. Die Energydrink hat eine gelbliche Farbe. Ich weiß, die wenigsten von euch kippen aus einer Dose. Die Energydrink erstmal aus und zu gucken, welche Farbe es hat, obwohl meistens genug Farbstoffe drin sind. Und es wurde damit geworben, dass es die physischen und mentalen Leistungen steigert. Man kann das bis heute kaufen. Kostet ungefähr 1 Euro bis 1,15 Euro, beziehungsweise US-Dollar, ungefähr dasselbe. Je nachdem, wo man sich das her bestellt. Und es gibt sogar in Japan ein Museum dazu, zu diesen Energydrinks von Lipovitan. Aber das machen viele Hersteller in Japan, auch im Museums hier, sehr spannend. Was noch spannend ist, das Getränk hatte 18 Gramm Zucker, also wird ja bis heute noch verkauft, 1 Gramm Taurin und 50 Milligramm Koffein. Das ist schon mal sportlich und Gesundheitsbehörden vieler Länder warnen vor Einnahme solcher Getränke aus Ostasien, weil halt eben erhebliche Gesundheitsrisiken verbunden sind. Und in Thailand ist es zum Beispiel schon verboten, da kannst du sie nicht käuflich erwerben oder auch nicht einführen, weil halt eben so hohe Dosen doch letal und tödlich wirken. Als nächstes, wie sind dann Energydrinks aus Fernost denn nach Europa gekommen? Weil amerikanischer Kontinent hat einiges gemacht, aber damals war die USA auch noch ein bisschen weiter weg. Also es gab in Taiwan, ja müsste Taiwan gewesen sein, hoffe ich gerade, also eines der ostasiatischen Ländern, da gab es das Creating the Young, was so viel bedeutet wie Roter Gau, das ist eine Rinderart, also wie ein rotes Rindtier. Das wurde dann in solchen Glasfaschen verkauft, das ist in Ostasien üblich, weil es quasi ähnlich wie Medikamente beworben wird, was ja auch in braunen Flaschen bis heute gibt. Und es kam in Thailand 1975 auf den Markt und der Eigentümer der Firma ist wieder so eine Pharmazeutical, ist halt eben modern, sich Pharmazeutical zu nennen, klingt professionell und super. War Shalo Yovidia, wenn der Herr mich trifft, kann er sagen, dass ich ihn falsch ausspreche, aber der spielt noch eine wichtige Rolle und es ist halt eben ein Mischgetränk von Koffein und Taurin. Und wer sich jetzt die Flasche anguckt, erkennt schon einen vielleicht westlich bekannten Energy Drink Hersteller, so fand der Energy Drink den Weg nach Europa. Der Dietrich Matschitz, das ist ein österreichischer Unternehmer, war 1982 auf Dienstreise in Thailand und in Ostasien und hat eben gemerkt, dass es bei Jetlag hilft. Wer nicht weiß, was ein Jetlag ist, durch die Zeitverschiebung und dass Reisen schneller geht, zumindest per Flugzeug, wenn man natürlich mit dem Boot reist und Land zieht, ist der Jetlag nicht ganz so schlimm, aber wenn man fliegt, dann schon, dass es dagegen hilft. Und dann wurde 1987 die Red Bull GmbH gegründet und ab seit 1994, also seit genau 30 Jahren, wird es auch in Deutschland verkauft. Was noch ist, der Stier steht hierbei für die Kraft, also das Logo hat ein Symbol, der Stier steht für die Kraft, die Farbe Rot für Durchsetzungsvermögen, weil man kann sich ja damit durchsetzen, und die Sonne für Energie. Das finde ich sehr beruhigend, besonders bei so viel Sonne im Hintergrund. Es hat auch eine Anpassung gegeben, das Original ist ein wenig süßer und hat keine Kohlensäure und das deutsche Red Bull ist nicht ganz so süß. Die Asiaten mögen das lieber ein bisschen süßer als wir, das wurde noch angepasst bei der Einführung. Und es war dann Ende der 80er Jahre in der Techno-Szene und danach auch, als es in Deutschland verkauft worden ist, in der Techno-Jugend, alternativen Szene in Clubs beliebt. Und es werden 5 Milliarden Liter weltweit jährlich davon produziert, verkauft, gehandelt und getrunken. Und dieser große, nicht näher genannte Marktführer hat Marktanteil von 20 bis 25 Prozent davon. Also sie haben sich durchgesetzt weltweit. So, was sind es denn? Also man kann sich mal so ein Energy Drink nehmen und dann hinten gibt es einen langen Text. Das kann man dann schön lesen und dann wird einem erstmal komisch, schlecht und die Hälfte der Wörter kennt man nicht. Aber wir sind in Deutschland, jedes Lebensmittel muss einen Namen haben, beziehungsweise eine Bezeichnung, was es ist. Bekannt zum Beispiel von kleinen Joghurtbechern, wo dann drauf steht, dass eigentlich eine Frischkäsezubereitung ist. Auch wenn man denkt, das wäre ihre Joghurt. Weil wir sind im Lebensmittelrecht, da wird alles eine Bezeichnung. Und es handelt sich um ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit, da stehen dann Geschmacksrichtungen drauf, weil irgendwelche Aromen drin sind. Süßungsmittel müssen deklariert werden, also dass man Süßungsmittel reintut. Und weitere Inhaltsstoffe werden dann deklariert, dass da zum Beispiel ein Taurin drin ist, L-Kreatin, Guarana, B-Vetamine und auch mal Fruchtsäfte. Also es gibt auch Energy Drinks mit Säften, das steht dann in der Beschreibung drin. Sonst ist auch noch Wasser enthalten relativ viel. In manchen Energy Drinks ist Zucker enthalten, beziehungsweise Säurungsmittel. Dann ist Kohlensäure erhalten in den meisten Energy Drinks. Es gibt auch ein paar stille Energy Drinks heutzutage. Dann gibt es Farbstoffe, das sorgt dafür, dass wenn ihr das doch mal in ein Glas ausgießen wollt und es nicht aus der Dose trinkt, dass ihr dann eine Farbe habt. Meistens dem Geschmack angelehnt oder irgendwas Ansprechendes. Dann gibt es Säurungsmittel, dafür wird meistens Zitronensäure, Apfelsäure oder Milchsäure verwendet. Dann dazu Säuregulatoren, das ist bei Lebensmitteln üblich, dass man erst etwas sauer macht und dann die Säure zurückreguliert. Dafür wird in der Regel Natriumzitate angewendet. Als Konservierungsstoff, weil so eine Dose soll ja auch ein bisschen was halten und nicht morgen schon verdorben sein, wird dann Kalium, Sorbat, Sorbinsäure oder Benzosäure eingesetzt. Und dann natürlich, damit das eine ordentliche Struktur heilt, Verdickungsmittel und Stabilisatoren. Und da werden Pektine oder Gummiarabicum eingesetzt. Und sonst noch weitere Zutaten, Salz, Insuit oder Geseng. Also je nach Hersteller. Aber meistens so ein bisschen Salz als Gegenaroma mit enthalten. So, jetzt habe ich mal kurz die Inhaltsstoffe aufgelegt. Jetzt fangen wir mit dem wichtigsten Inhaltsstoff an. Das ist nämlich da, ich habe, weil ich jetzt nicht ganz so biochemische Expertin bin, wie ich es gerne hätte, habe ich eine Fachexpertin oder eine Fachmatrosen eingeladen, die mal ganz kurz zur wichtigsten Zutat, dem Koffein, ein wenig vortragen wird. Ich hoffe, sie hält sich an die Zeitvorgabe. Schauen wir mal. Jetzt gebe ich kurz ab an die liebe Lea, die mich fachmännisch unterstützt. Ich fühle mich geehrt. So, wir quatschen ein bisschen über Koffein. Ich habe meinen Vortrag über Koffein gehalten bei diesem Camp. Der hieß, was ihr schon immer nicht über Koffein wissen wolltet. Das ist jetzt quasi das Update. Danke auf jeden Fall für die Einladung, Michaela. Bitte, bitte. Aber ich habe eher an einen GPN-Vortrag von damals gedacht, als einen Camp-Vortrag. Ja, auf jeden Fall rede ich hin und wieder so ein bisschen über Koffein. Ich werde so ein bisschen über Neurobiologie und auch tödliche Dosen reden. Deshalb ist hier das Content-Warning. Wollte es nur auf jeden Fall anfangs gesagt haben. Dann nochmal kurz zu mir. Hi, ich bin Lea. Eigentlich ist das alles nicht wichtig, außer dass ich hochgradig Koffeinabhängig bin. Ich bin nämlich IT-Lerin und ich mache Powerlifting. Das ist so ein Fitness-Sport, bei dem man sich auch eine hochgradige Koffeinabhängigkeit zunutze machen kann. Und dementsprechend auch im Kontakt mit Energydrinks, Kaffee, Mate, Koffeintabletten, Koffeinpulver und allen möglichen Aufnahmeformen ist. Aber hier geht es ja primär um Energydrinks. Es gibt eine Vielfalt an Möglichkeiten der Koffeinaufnahme. Wie gesagt, Energydrinks und Konsorten in diesem Vortrag. Falls ihr noch nicht draußen in der Prackwasser-Kombüse wart, schaut dort gerne vorbei. Dort gibt es sehr leckeren Kaffee. Dazu gibt es auch einen Vortrag, wenn ihr euch den anschauen wollt. Der hat gestern stattgefunden. Aber eigentlich ist Koffein an sich ein weißes Pulver. Und in Reinform oder wie auch immer geartet in westriger Lösung oder als gestreckten Feststoff. Bitte konsumieren, bitte nicht pur konsumieren. Und dann gibt es noch diese netten Begriffe wie Thein, Gurannin, Koffein. Das ist alles dasselbe chemisch gesehen. Es kommt nur aus unterschiedlichen Quellen. Chemisch gesehen hat das Kind auch einen Namen. Methyltheopromin oder 1,3,7-Trimethylxanthin. Das ist alles dasselbe. Ich habe den Namen hier nur drin, damit ihr es mal gehört habt. Und damit wir uns gleich auch noch das entsprechende Molekül anschauen können. Und Überraschung, es ist die weltweit am häufigsten konsumierte pharmakologisch aktive Substanz. Was genau die pharmakologische Aktivität ausmacht, schauen wir uns noch gleich an. Beispielsweise im Sport war es sogar so pharmakologisch aktiv, dass es eine Weile lang auch auf der Welt-Doping-Liste stand. Und dementsprechend haben wir es hier mit etwas zu tun, das wir alle sehr, sehr gerne konsumieren, bei dem wir uns aber auch ein bisschen über den Effekt klar sein dürfen, den es auf uns hat. Die tödliche Dosis liegt für Menschen bei so 10 Gramm. Das ist schwierig über Getränke aufzunehmen. Und es ist ein Adenosin-Antagonist. Was genau das bedeutet, schauen wir uns gleich an. Da haben wir auf jeden Fall noch das Molekül. Ich habe es hier der Vollständigkeit halber drin. Und weil wir uns gleich auch noch Adenosin anschauen, damit so ein bisschen Verständnis dafür da ist, okay, wo könnte das jetzt zum Beispiel ähnlich sein. Aber gehen wir erst mal aufs Adenosin ein. Das ist im Grunde genommen ein Stoff in unserem Körper, der bestimmte Körperfunktionen über sogenannte Adenosin-Rezeptoren reguliert. Es gibt bisher da vier bekannte Rezeptortypen, die alles mögliche im Körper machen. Herzschlag, Immunsystem etc. pp. Und zwei davon sind relevant für die Wechselwirkung mit Koffein. Die allgemeinen Wirkungsbereiche von diesen Adenosin-Rezeptoren gehen vor allem ins zentrale Nervensystem, Herz-Kreislauf-Funktion und auch Immunreaktion. Aber gerade der Bereich Immunreaktion ist jetzt für Koffein eher relevant. Da sind wir eher bei zentrales Nervensystem und Herz-Kreislauf-Funktion. Eigentlich stößt unser Körper Adenosin aus, nachdem wir uns stark körperlich angestrengt haben, weil wir ATP-Abbau haben. Ich weiß nicht, im Biologieunterricht ATP quasi der Kraftstoff, die Energieeinheit der Zellen. Wir strengen uns an, Körper baut ATP ab, Adenosin wird ausgestoßen. Und dadurch werden auch noch weitere Hormone gehemmt, die eigentlich eher so sagen, hey, wir brauchen gerade Leistung, wir müssen gerade pushen, wir brauchen gerade alles, was der Körper uns geben kann. Entsprechend diese Botenstoffe, Neudrenalin, Dopamin und Acetylcholin. Und die Aussage von Adenosinausstoß ist im Grunde genommen, mach mal langsam, Körper. Wir haben uns gerade angestrengt, wir müssen uns erholen. In der Folge passieren so ein paar Dinge in unserem Körper. Unser zentrales Nervensystem wird langsamer. Wir haben eine geringere, höhere Reaktionszeit. Unser Blutdruck sinkt, unser Puls sinkt und wir können schlafen. Oder wir sollten vielleicht sogar schlafen. Das ist Adenosin. Wir hatten eben das Koffein. Da haben wir auch diesen entsprechenden Methylring, der entsprechend an den Rezeptoren andocken kann. Und da sind wir dann entsprechend auch beim Koffein. Wir blockieren die Adenosin-Rezeptoren damit, weil die an genau demselben Punkt andocken. Das führt dazu, schneller, höher, weiter und wir sind nicht mehr müde, weil wir unserem Körper im Grunde genommen sagen, hey, nee, wir müssen jetzt nicht müde werden, die Rezeptoren sind blockiert, wir können weitermachen. Es gibt dann noch so ein paar weitere Wirkungen. Dadurch sorgt es im Grunde genommen dafür, also wir hatten es eben, wenn wir entsprechend Adenosin im Körper haben und die an den Rezeptoren andocken, sorgt es dafür, dass wir weniger Dopamin haben. In dem Fall haben wir dann mehr Dopamin, weil dieser Prozess eben nicht beendet wird. Es gibt auch noch so einen Neurotransmitter, der ist GABA, der ist für Entspannung und Schlaf da. Der wird entsprechend auch blockiert. Und dadurch sind wir aktiver, wacher, also unsere Körper werden an sich auch aktiver, wir werden motorisch aktiver, wir werden vielleicht ein bisschen, ja, auch unruhiger, aber vor allem werden wir auch wach. Selbiges gilt für mehr Acetylcholin. Also das sind hier mehrere Effekte, die durch diese Blockade der Adenosin-Rezeptoren zusammenwirken. Und wir haben mehr Serotonin. Das wird vielleicht später auch noch mal relevant, wenn wir auf den Koffeinentzug eingehen. Serotonin ist im Grunde genommen was, was auch unsere Stimmung heben kann. Und wir werden mental leistungsfähiger. Das ist dann der Effekt, den wir uns auch sehr gerne beim Coden zunutze machen. Die Wirkung tritt so 30 bis 45 Minuten nach dem Konsum ein. Dann kann der Darm das entsprechend aufnehmen. Und dann steht es uns im Grunde genommen zur Verfügung. Die Halbwertszeit ist stark individuell, also die Zeit, die unser Körper benötigt, bis die Hälfte des Koffeins wieder abgebaut ist. Im Mittel sind es dreieinhalb Stunden. Bei schwangeren Personen dauert es länger, bei rauchenden Personen weniger lang. Entsprechend ist die Aussage dreieinhalb Stunden im Mittel für die meisten vermutlich eine gute Sache. Und dann kommen wir zu dem Punkt, den wir wahrscheinlich alle aufgebaut haben, eine Koffeintoleranz. Cheers! Auch da bin ich entsprechend schuldig. Hör schneller weiter geht halt nicht unbegrenzt. Ich habe eben schon gesagt, okay, wir hacken im Grunde genommen unseren Körper, unsere Adenosinrezeptoren, aber Körper sind sehr anpassungsfähig. Was machen die? Wir bilden weitere Adenosinrezeptoren aus. Das heißt, die Reaktion unseres Körpers ist, hey, wir wollen langsam machen, wir machen langsam, wir tun jetzt was, dass wir wirklich langsam machen können. Da können wir natürlich einfach weiter Koffein draufschütten, aber das sollten wir nicht unbedingt. Wenn wir uns dann dazu entscheiden, boah, war jetzt die letzte Zeit echt mal ein bisschen viel, dann können wir entsprechend auch das Koffein weglassen. Davon kann es gut sein, dass man Kopfschmerzen bekommt, entsprechend müde wird, niedergeschlagen wird, weil weniger Serotonin da, Konzentrationsstörungen und entsprechende Reizbarkeit. Kopfschmerzen sind ganz spannend, das ist dann die entsprechende Wirkung des Koffeins, die es durch die Blockade des Adenosins hat, durch die Regulation für Herzkreislauf. Und im Grunde genommen sind es unsere Blutgefäße im Kopf, die dann entsprechend adaptiv mit Kopfschmerzen reagieren. Ansonsten bitte nicht mehr als 400 Milligramm täglich konsumieren, das ist entsprechend als sicher eingestuft. Wir können uns überlegen, ob wir uns daran halten möchten oder nicht. Hier auf jeden Fall die Empfehlung, bitte nicht zu viel Koffein, Hust, Hust. Und die gute Nachricht ist, die letale Dosis ist kaum bis nicht über den gängigen Konsum erreichbar. Also ich weiß, es gibt immer mal wieder so Todesfälle mit, okay, hier hat jemand entsprechend sehr viel Energydrinks konsumiert, da ist dann entsprechend ein Tod eingetreten. Aber in vielen Fällen hängt es auch damit zusammen, dass entweder in wirklich, wirklich kurzer Zeit sehr viel Koffein zu sich genommen wurde oder entsprechend noch andere Substanzen daran beteiligt waren. Genau. Die letale Dosis im Mittel sind es 10 Gramm. Für mich wahrscheinlich ein bisschen weniger, für andere Personen ein bisschen mehr, weil entsprechend vom Körpergewicht abhängig, 100 bis 200 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, aber wie gesagt, schwer versehentlich zu erreichen. Vergiftungserscheinungen gibt es bereits ab einem Gramm, nicht pro Kilogramm Körpergewicht, sondern insgesamt. Also wenn ihr an einem Tag mehr als ein Gramm Koffein konsumiert, beziehungsweise im kürzeren Zeitraum, kann es passieren, dass euer Körper schon reagiert, beziehungsweise entsprechend empfindlich reagiert. Ich habe eben gesagt, Adenosin ist für die Regulation der Herz-Kreislauf-Funktion zuständig, Koffein hemmt das. Koffein kann dafür sorgen, dass wir bereits ab weniger als der Letalendosis schon entsprechende Herzrhythmusstörungen bekommen können. Also das ist tatsächlich dann erreichbar. Aber ich sage es mal so, das ist halt schon eine ordentliche Menge an Koffein, die wir dafür zu uns nehmen müssten. Das passiert auch nicht aus Versehen. Und wie ich schon sagte, die Todesfälle im Zusammenhang mit Koffein sind in der Regel mit anderen Substanzen oder sehr schnellem Konsum in kürzester Zeit. Insofern, bleibt sicher bei eurem Konsum und trinkt genug Koffein. Danke, liebe Lea. Jetzt mache ich wieder weiter. Das war nur der kurze Ausflug ins Koffein. Der Bildungsauftrag. Richtig. Dann mache ich jetzt mit dem nächsten berühmten Stoff in Energy Drinks weiter, nämlich dem Taurin. So sieht Taurin aus. Und das ist eine Zwei-Amino-Ethan-Sulfonsäure. Die ist eine organische Säure, die aus Sulfonsäure und einer Aminogruppe gebaut wird. Noch zur Herkunft des Wortes, Taurin heißt Stier und kommt sowohl aus dem Lateinischen als auch aus dem Griechischen. Auf Latein heißt es Taurus und auf Griechisch ist es Tauros und daraus ist das Wort Taurin entstanden. Wie bei vielen chemischen Stoffen oder allgemein, dass aus dem Lateinischen oder Griechisch hingenommen wird. Taurin gibt es seit 1827. Da hat der Leopold Gemmin und der Friedrich Tiedemann die Taurol-Säure entdeckt. Das ist auch ein schöner Name. Wie eben wir schon bei Lea gelernt haben, Substanz habe ich nur einen Namen, besonders viele, haben das in Ochsengalle entdeckt, also haben sie aus der Ochsengalle extrahiert. Es findet sich aber auch in Stiergalle, das erklärt schon wieder die Stiere auf diesen Substanzen und heute wird das synthensiert. Also auch liebe Veganer und sonstige Wesen, es ist synthetisch hergestellt, es muss kein Stier und kein Ochse dafür sterben. Es hat einen EU-Code, das ist als Futtermittelzusatz erlaubt. Das heißt, man darf es auch Tieren verfüttern und wir sind ja fast nichts anderes und es ist eigentlich ein weißes Pulver, ähnlich wie Koffein. Bei 300 Grad zersetzt es sich, ab 328 Grad schmilzt es. Es gibt Studien, viele Studien haben sich damit beschäftigt, es gibt einen Einfluss auf das Altern. Man hat herausgefunden, dass im Alter die Taurinmenge im Körper, der menschliche Körper, produziert das selber mit bis zu 200 bis 400 Mikromoll, also 25 bis 50 Milligramm, täglich produzieren wir selber ein Taurin, genauso wie Tiere. Und haben halt entdeckt, dass im Alter die Taurin-Dosis im Menschen sinkt. Und man hat auch schon Studien durchgeführt, ob man Alterungsprozesse, also Erzündungsprozesse und so, durch die gute Konsum von Taurin, also der Ergabe von Taurin stoppen kann. Da gibt es halt eben Forschungen, die sagen, dass ab einer gewissen Taurinmenge man das Altern aufheben könnte oder verzögern könnte. Aber als man weiß, auch da gibt es irgendwann laterale Dosen und andere Nebenwirkungen. Deswegen findet es nur in Studien statt. Aber es hat einen Einfluss auf unser Altersgeschehen. Und wer irgendwie jetzt sagt, er will viel Taurin haben, sollte sich primär tierisch ernähren, weil Tiere das wie der Mensch selber herstellen und durch den Konsum von Tieren man das auch zu sich nimmt. Aber es gibt auch in Rotalgen und Wolfsbeeren, Wolfsbeeren sind im ostratischen Raum bekannt und wachsen dort, enthalten auch Taurin. Das heißt, auch Veganer können natürliches Taurin essen. Die tägliche Aufnahme, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, man sollte so 58 Milligramm im Durchschnitt aufnehmen als ungesund, geben aber eine Rahmenbedingung von 40 bis 400 Milligramm. Das ist so die Dosis, die man zu sich nehmen kann, ohne dass es jetzt schädlich für einen ist. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, dass es kein kritischer Nährstoff bei der veganen Ernährung ist. Also auch ohne die Zufuhr von Stier oder Ochsen, Galle kann man weiterleben. Also muss nicht Taurin sich künstlich zusätzlich ernähren, um zum Beispiel Vitaminen, um am Leben zu bleiben. Und es gibt keinen Hinweis auf Toxizität. Also tödlich ist das nicht. Aber es versucht irgendwann so etwas wie Durchfall und andere Nebenwirkungen. Das will man nicht. Aber bisher konnte man noch niemanden durch Taurin umbringen. So. Ich hatte eben schon die Vitamine angesprochen. Neben Taurin sind da meistens B-Vetamine zugesetzt. B-Vetamine gibt es eine ganze Menge. Eigentlich von B1 bis B12 alles. Die haben dann auch solche schönen Namen. Also B2 heißt auch Riboflain. B3 ist als Nikotinsäure beziehungsweise Niko und so weiter wird dann immer gekürzt. Müsst ihr mal gucken, was es ist. B5 ist dann die Pantotealsäure. B6 ist meistens nur als B6 bezeichnet. Das hat keinen allgemeinen Namen, den man so schön draufschreiben kann auf einer Zutatenliste. Und B12 ist auch den Veganern bekannt. Den meisten, weil das befindet sich ja primär in tierischen Lebensmitteln. Und auch Vitamin C wird gerne als Form von Ascobinsäure zugesetzt. Aber da eigentlich nicht, um das anzuwärmen, dass Vitamin C drin ist, sondern als Konservierungsstoff mit drin. Ich habe dahinter mal auch die Tagesdosen. Wie ihr seht, die sind unterschiedlich. Die empfohlene Tagesdose davon. Und die Höchstmengen, wie auch bei Koffein. Bis man so eine Höchstmenge erreicht, dauert es ein bisschen. Und da ich heute Morgen einen NG-Drink getrunken habe, kann ich sagen, ja, bei einigen geht das sehr schnell. Also mein NG-Drink heute Morgen hatte 7,9 Milligramm B3. Das ging also noch. Also pro 100 Milliliter berechnet. Das heißt, das hatte dann im Gesamten auch schon entsprechend 40 Milligramm. Aber auch sowas wie 2 Milligramm B5. Und dann sind wir bei einer 500 Milligramm Dose schon eben schnell bei 10 Milligramm. Und das ist dann die empfohlene Tagesdosis doch zwar überschritten, aber noch nicht in die Höchstmenge von 10 Gramm erreicht. Also da muss man aufpassen, dass man sich nicht durch eine Überdosis an Vitaminen auch entsprechende Nebenwirkungen da einziehen lässt. Man sagt, 2 Vitamine sind gesund, aber auch nur in Maßen. Und in solchen künstlichen Produkten wird gerne mal Vitamine im Übermaß zugeführt. Und deswegen muss man da auch aufpassen. Die 40 bis 75 Gramm pro Dose beziehen sich auf den Zuckergehalt. Also wenn man sich nicht gerade die zuckerfreie NG-Drink-Sorte holt, überschreitet man bei teilweise 75 Gramm auf einer 500 Milliliter Dose gerne mal die empfohlene Tagesmenge von Zucker. Die liegt nämlich bei 50 Gramm. Aktuell. Und eigentlich wird empfohlen, maximal 25 Gramm Zucker täglich aufzunehmen. Ich kann das jetzt hier in den Raum sagen, kann das jedem empfehlen, den Zuckerkonsum zu reduzieren. Die meisten werden mich danach böse angucken und sagen, das ist unmöglich. Sonst sind da auch noch gerne Süßungsmittel drin. Wie eben schon erwähnt, Saccharose und sonstiges. Also A, Sumpf, Fulkar, alles einmal. Was man reintun kann. Und es wird auch meistens noch mit Gesen geworben. Das ist eine Pflanzenswurzel aus China, Südserbien, Nordkorea. Also da in dem Gebiet ist sie heimisch. Und ist medizinisch, pharmazeutisch auch kultiviert. Besonders auch gerne in Korea. Weil da steht auch in Südkorea die größte Produktion von Gesen. Und es ist als Kraftwurzel auch bekannt. Und es ist ein natürliches Potenzmittel. Steigert die Abwehr von Stress. Also es hilft einem gegen stressbedingte Entzündungen oder auch Immunschwächen. Also wer viel Stress hat, hat ein geschwächtes Immunsystem. Und deswegen ist es auch als Gegeninfektionskrankheit dort auch heimisch. Wird halt eben als Werbezwecke mit hinzugefügt. Und Gesen kann zu verlängerten Blutungszeiten führen. Das heißt, wer sich morgen operieren lässt, sollte jetzt auf Gesen einen Tag vorher verzichten beziehungsweise den Chirurgen vorher informieren, damit er weiß, dass wenn da eine Blutung existiert, warum sie so lange braucht, bis sie aufhört. Also bitte, wenn ihr irgendwie im Krankenhaus seid, den Konsum von Energy Dating auch angeben, weil es einen entscheidenden Faktor auf unserem Körper hat. So, da sind wir jetzt gerade auch schon bei der Wirkung. Also es gibt das leistungssteigernde Koffein. Dazu gab es eben schon einen wunderschönen Teil. Es gibt die stimulierende Wirkung von Taurin. Und es hat natürlich so Energy Drinks, Metalleffekte und sportliche Effekte, auch im Vergleich von nur Koffein. Also da gibt es Studien, die haben halt eben nur den Koffein mit einem Energy Drink verglichen. Und ein paar der Effekte entstehen halt eben dadurch, dass da noch Taurin und die B-Vetamin hinzugefügt sind. Im Vergleich zum natürlichen Koffein. Also von den Metalleffekten, die Reaktionsgeschwindigkeit wird schneller, das Erinnerungsvermögen bei Gedächtnisaufgaben werden besser. Die sportlichen Effekte hatte Lea schon eben angesprochen. Es ist nicht nur das, also in dem Fall ist es nicht nur das Koffein, sondern auch die Kraft und der Widerstand, also sowohl die Kraft als, also als anaerobe Kraft und die anaerobe Ausdauer ist dann, dass man auch mehr machen kann. Also nicht nur dann 10 Minuten Joggen gehen, sondern damit auch die 15 Minuten Joggen machen kann. Und es hilft auch bei Schnelligkeit und Konzentration, also bei Reaktionstests und wenn man irgendwie schnell durch einen Salam laufen muss und so hilft das dann auch. Aber ich sollte das jetzt nicht so sehr anpreisen, weil es gibt leider auch Nebenwirkungen. Angefangen bei Herzrhythmusstörungen, das kommt unter anderem auch von Koffein. Primär sind die Nebenwirkungen aber bekannt durch Kombination mit anderen, also entweder durch Sport oder Alkohol können Nebenwirkungen massiv verstärkt werden. Also kein Wodka-Energy trinken, das ist mega ungesund. Das gilt übrigens auch dann für Marte in Kombination mit Alkohol. Nur so im Raum, weil auch Marte ist eigentlich nur ein Energydrink. Das war nur der Service-Hinweis. Energydrinks sind auch, weil es halt eben Nebenwirkungen hat, auch nicht für Stillende, Schwangere oder Kinder geeignet. Es steht auch auf den Getränken, auf Energydrinks auch drauf. Es ist auch verpflichtend, dass es draufsteht, ab 25 Milligramm pro 100 Meter einen expliziten Hinweis, dass es nicht an Schwangere trinken sollte, nicht Stillende und auch keine Kinder. Das muss man halt eben auch mal sagen. Zusätzlich, wie die Nebenwirkungen, die du durch Kaffee hast, weil da auch das Koffein ist, hast du auch sowas wie Krampfanfällen, Nierenversagen, gerne mal. Der niedrige pH-Wert sorgt dafür, dass der Zahnschmerz angegriffen wird. Was auch nicht gut ist, fragt euren Zahnarzt, der sieht das, wenn ihr regelmäßig Energydrinks konsumiert, meiner zumindest. Es kann zu Dehydrierung kommen, besonders in Kombination mit Alkohol, weil sowohl Koffein als auch Alkohol wirken dehydrierend. Und wenn man das dann kombiniert, ist es nicht gut. Es können Leberschäden passieren bei Energydrinks anhand der B-Vetamine, weil B-Vetamine, gibt es Studien zu, dass sie bei Überdosierungen zu Leberschäden führen können. Also auch da aufpassen und bitte die Nährstofftabellen, die B-Vetamine sind meistens explizit rausgekennzeichnet. Das heißt, ihr seht, wie viele Milligramm B-Vetamine in eurem Getränk erhalten sind. Und etwas Persönliches, Magenschleimhautentzündungen können auch der regelmäßige Konsum von Energydrinks verursachen. Ist nicht schön. So, gehen wir nochmal kurz zur Verbreitung. Also Mate machen wir hinterher. Ich komme nämlich erstmal um die reinen Energydrinks. Als erstes ist da, neben Red Bull, damit habe ich ja schon angefangen, Monster Energydrink zu nennen. Das kam 2002 auf dem Markt in den USA. Nach Deutschland erst 2009, 2010. Also gar nicht mal so lange her. Und seit 2015 wird das von der Coca-Cola betrieben, beziehungsweise vertrieben. Und Coca-Cola hat auch Minerhaltsanteile an der Firma, die Monster Energy herstellt. Es gibt 2004 kam in den USA Five-Hour-Energydrink auf dem Markt. Das ist sehr interessant, weil es Energy-Shots sind. Die Monster Energy werden in 500ml-Dosen, also die Packungsgröße, verkauft. Und den gleichen Inhalt hat dann Five-Hour, also die gleichen Substanzen, auf 100ml Fläschchen verkauft. Mit der Marketingwirkung, man muss sich nicht eine ganze Dose auf den Schreibtisch stellen. Es reicht auch so ein Fläschchen zwischendurch. USA und Marketing, reden wir nicht drüber. 2007 wurde dann auch in den USA Energydrink-Pulver berühmt oder vermarktet und hatte einen Hype. In Deutschland erst deutlich später und aktuell gibt es so ein, zwei Firmen, Holies da ein Beispiel, aber auch andere, die das gerade primär auch über die Social-Medien Social-Media eine Großwerberkampagne haben, sich die Energydrinks selber in einem Shake-Up zuzubereiten. Hat Vorteile, weil da kann man auch dann die Dosis, besonders die Dosis zum Wasser, ein bisschen variieren, sodass man vielleicht eine halbe Portion Energydrink hat, aber trotzdem eine halbe Liter Flüssigkeit zu sich nimmt oder auf eine halbe Liter Flüssigkeit doppelt so viel Pulver nimmt, was ich natürlich niemandem empfehlen würde. Drogster Energydrink kam schon 2001 auf den Markt in den USA, aber erst 2008 dann in Deutschland. Interessanterweise hier ist dann in Deutschland und ich glaube auch in den USA soweit die PepsiCo, also der größte Konkurrenz, der Coca-Cola, der Vertreiber und hat genauso wie Monster damit Werbung gemacht, dass es ja eine doppelt so große das Fassungsvermögen hat wie Red Bull, weil Red Bull wird klassisch in 52 Milliliter-Varianten verkauft, mit 500 Milliliter hast du halt eben doppelt so viel zu gleichen Preisen, also als Geldersparnis. Noch was Besonderes, am 14. August 2012 wurde es in Merriam-Rabster-Collingate-Dictory, das ist ein Wörterbuch aufgenommen, das Wort Energydrink im Englischen. Also vorher gab es das Wort Energydrink nicht dafür. Seit 2017 gibt es eine modifizierte Zusammensetzung auf dem Markt, also von diesen klassischen Koffein-Taurin wurde mehr auf Vitamine gesetzt, mehr auf Geschmäcker, also kam auch in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Heutzutage kriegst du Energydrink in allen Geschmacksrichtungen, die die Industrie so kennt, also von Erdbeer über Limette, sonst was und auch wilde Zusammensetzungen. Es wurde auch cleaner, also man hat ein paar Substanzen rausgenommen und deutlich cleaneres Image gemacht, vorher war das so ein, da ist irgendwie komisches Zeug drin. Es gibt Bio-Varianten und es wird auch mit der, also es wird Werbung damit gemacht, dass es auch mental die Stimmung verbessert. Und wir sind gerade noch, heutzutage ist sowas wie Gunnergy von Montana Black auf den Markt gekommen 2023, der sehr viel als Influencer, sehr viel Werbung schon vorher gemacht hat und dann gesagt hat, er bringt sein eigenes Energydrink auf den Markt, was natürlich bei jungen Leuten einen Hype ausgelöst hat, den zu kaufen und zu konsumieren. Und Gunnergy steht für Gun der Energy, also Marketing funktioniert bei Energydrink komischerweise, selbst hier, wenn ich mir so eine Volt angucke, funktioniert das Marketing, zumindest bei Leuten, die darin irgendwie eine Batterie sehen oder so. Also ja, verbreitet und heutzutage kriegst du relativ viele Sorten im Supermarkt von Hersteller A bis Z nach Geschmacksvariante A bis Z und das ist damit sehr, sehr verbreitet. Als nächstes gehe ich mal so auf den Vergleich ein. Angefangen mit denen, die ich hier auch genannt habe, von unserem koreanischen Ursprungs- Energy-Ding in dem Sinn über Red Bull, Rockstar, Monster, Gunnergy und Holi als Pulver. Bei Holi habe ich als Varianzwert die angegebene Mischmenge, die sie selbst angeben, genommen und man sieht, dass der Koffeingehalt pro 100 Milliliter sich nicht gerade variiert, außer bei der Rockstar, die hat nur 31 Milligramm statt 32. Das macht bei einer Dose mit 500 Milliliter nur 5 Milligramm Unterschied, aber wenn man mehrere trinkt, gibt es dann doch Unterschiede. Also kann man auch da die Koffeinkonsum ein wenig runterfahren, wenn man sich abgewöhnen will. Langsam, immer langsam sich was abgewöhnen. Man sieht, dass die zuckerfreien Varianten deutlich weniger Kalorien haben pro 100 Milliliter, was eigentlich gesünder ist, weil Kalorien, wie jeder weiß, alles, was man zu sich nimmt, muss man entweder verbrennen oder es setzt an. Ich habe die B-Vitamine auch rausgeschrieben, weil die meisten haben irgendwie 2 Milligramm, außer Monster, Rockstar und Holy, die haben irgendwie weniger Vitamin B6, ist aber soweit okay, weil sonst normalerweise ist stark überdosiert, das Vitamin B6. Also auch da aufpassen, was man kauft, je nachdem, was man sonst noch zu sich ernährt, kann man es darauf abstimmen. Was auch interessant sind, die Dösen, wie eben erwähnt hat, Red Bull hat klassisch 250 Milliliter beziehungsweise 330 Milliliter, die anderen Hersteller geben meistens 500 Milliliter Dosen und Monster gibt es auch in 553 und größeren Packungsgrößen, auch da aufpassen, eine Dose Energy Drink ist nicht gleich eine Dose Energy Drink, auch das Volumen macht dann was aus, wenn man hinter am letzten Spalte bei den Gesamtkoffin-Mengen bei einer Dose, normal Dose bis zu 80 Milligramm und wenn dann halt eben die doppelte Menge zu dir trinkst, bis bei 160 Milligramm Koffein und wenn man davon dann 10 Dosen trinkt, dann ist man schon bei einem Gramm Koffein oder 1,6 Gramm Koffein und irgendwann kommt auch die tale Dosis, aber das war auch eben gemeint im Koffeinteil. Man kann sich davon koffeintechnisch nicht so schnell wegschießen, weil der Körper braucht ein Weilchen, um das erstens zu sich zu führen und zweitens auch rauszuscheiden, zu verarbeiten, aber es geht. So, jetzt kommen wir noch hier zu den Hacker-Kreisen, die wenigsten hier trinken Energydrink, aber jeder trinkt eine Mate, je nach Fassion, sei es Flora, sei es Club, sei es Mio, alles okay. Kurz dazu, ursprünglich ist es ja, wie hoffentlich viele wissen, ein südamerikanisches Teegetränk aus den Mateblättern. Es ist ein Aufgussgetränk, das heißt, man tut sich in den Bädern eigentlich Mate-Teeblätter und gießt immer wieder mit heißem Wasser nach und trinkt. In den 1950er-Jahren wurde dann Club Mate sehr populär. Erst in den Technokreisen, dann irgendwann durch den CCC und jetzt ist es Alltag, also gibt es überall zu kaufen und auch andere Mate-Hersteller sind seit gut zehn Jahren sehr, sehr verbreitet unterwegs und es steht auch drauf, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk, aber auf Mate-Tee-Basis. Nicht wie eben auf Süßungsmittel mit Vitaminen und sonstiges, sondern auf Mate-Tee-Basis. Das klingt schon mal deutlich gesünder. Ich habe auch hier noch mal kurz den Vergleich angestrebt. Club Mate hat durchschnittlich 20 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Der Club Mate Eistee hat dann 22 Milligramm pro 100 Milliliter. Flora hat ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, warum die ganzen Nutz auf Flora stehen, obwohl es weniger Koffein hat. Mate Mate hat dann schon 30 Milligramm pro 100 Milliliter. Da sind wir schon eher wieder bei Energy Drink. Und wenn ihr Mate-Tee euch aufbrüht, hat der im Durchschnitt, je nachdem, wie viel Wasser ihr drauf tut, und wie lange ihr ziehen lasst, sind wir bei 35 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Das heißt, wenn ihr euch wirklich einen Koffein-Kick geben wollt, trinkt Mate-Tee. Das hat am meisten und ist auch, wie ihr seht, in der Kalorienbilanz dann deutlich gesünder. Und die Mate-Mate ist halt eben auch mehr ein Energy Drink, wie man sieht, weil es auch in erhöhtem Zucker-Gehalt hat, während sich Club und Flora da keinen Unterschied macht. Also wenn ihr fünf bis zehn Flaschen Mate am Tag trinkt, habt ihr so den empfohlenen Konsum erreicht an Zucker. Dann dürft ihr aber nichts mehr dabei naschen. Und der Mate-Tee ist auch hier am gesundesten, weil du kannst halt eben Zucker reintun, musst du nicht, kannst du selber dosieren, andere Süßungsmittel nehmen. Und dann ist der Energy Drink nicht nur Energie gehalten, sondern auch fördern, dass man nicht so dick wird, wenn man halt eben entweder auf Zuckervari-Varianten setzt oder selber Mate-Tee macht. Und als letztes habe ich noch die Volt-Cola rausgesucht, weil ich weiß, hier wird die so schöne Volt-Cola verkauft. Es gab letztes Jahr hier auf der MMCD einen schönen Vortrag dazu. Es ist auch ein Energy Drink in dem Sinne, weil es halt eben 32 Milligramm Koffein pro 100 Liter enthält. Es hat 48 Kalorien, 11,6 Gramm Zucker pro 100 Milliliter und die 10 Milligramm pro 100 Milliliter drinsteht, ist der Vergleich zum normalen Coca-Cola. Ein normaler Coca-Cola hat 10 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. So eine Volt-Cola, die auch nur aussieht als wäre es Cola, hat halt eben das Dreifache. Deswegen steht es auch auf einer Volt-Cola drauf, nicht an Stillen, Schwangeren und sonstiges abgeben. Größe ist bei 500 Milliliter und es gibt auch Varianten mit Orange, Zero-Zucker und sonstiges. Also auch da merkt man, Energydrink ist nicht irgendwie etwas, was man auch als Gummibärchensaft bezeichnet, sonst gibt es auch als Cola-Variante. Und das war's. Ich habe hier jetzt die Diskussion, die jetzt mein lieber Herald mit begleiten darf. Also falls ihr Fragen habt, dürft ihr sie gerne stellen. Also erstmal einen großen Dank und großen Applaus bitte für diesen sehr informativen Podcast. Dann würde ich an der Stelle tatsächlich mal fragen, gibt es Fragen? Meine Frage wäre, gibt es Grünen darüber, wie gut die Vitamine überhaupt aufgenommen werden? Weil es gibt ja immer wieder so, ich weiß nicht, ob das Esoterik ist, dass Vitamine, wenn man sie künstlich zuführt, gar nicht so gut vom Körper aufgenommen werden. Gibt es da, oder wisst ihr da irgendwas drüber? Also ich weiß jetzt nicht, ich habe mich nicht in dem Rahmen damit beschäftigt. Ich würde mal sagen, chemisch und für den Körper macht das keinen Unterschied. Es sind dann eher die Begleitstoffe, die natürlich im Produkt noch vorhanden sind, weil bei Mate-Tee hast du es ja auch, dass die Mate halt eben nicht so knallt wie ein Energydrink, weil da halt eben noch die Gerbstoffe vom Tee mit drin sind. Und das hast du bei dann natürlichen Vitaminen auch, dass da noch weitere Stoffe drin sind, wie Gerbstoff und Sonstiges, die halt eben die Aufnahme verändern im Körper, weil es halt eben Magen und Leber dann anders verarbeitet wird. Also es ist nicht rein esoterisch, aber für das Eigentliche macht es keinen Unterschied. Ja, also vielleicht noch dazu, es gibt ja diese klassischen Vitamine wie D oder E, die zum Beispiel fettlöslich sind, die bräuchten dann tatsächlich irgendeine Fettquelle dabei, aber klassischerweise ist es bei den wasserlöslichen Vitaminen, die in den Energydrinks sind, nicht der Fall. Also das sollte auch so funktionieren. Da oben ist eine Frage, aber da oben ist auch ein Mikro. Ja, hallo, du hattest gesagt, dass das Taurin mittlerweile künstlich hergestellt wird. Woher stammt eigentlich das Koffein aus Cola, Energydrinks und irgendwelchen Mategetränken? Also ich kann mal von meiner Volt Cola vorlesen. Da steht drauf With Natural Caffeine. Also im Grunde genommen passiert es so, dass Kaffee wird ja zum Beispiel entkoffeiniert. Und bei dieser Entkoffeinierung von Kaffee fällt zum Beispiel auch das Koffein an, das dann entsprechend verwendet werden kann. Also ich glaube, die Volt Cola wirbt sogar tatsächlich, damit es das Koffein aus Kaffee ist. Also das sind zum Beispiel mögliche Quellen zur Synthetisierung in dem Sinne. Weitere Fragen, Anmerkungen, Diskussionen? Wenn nicht, habe ich nur noch Quellen vorbereitet. Also ich habe mich sehr intensiv informiert und sonst muss ich an dich wieder abgeben. Ja, dann herzlichen Dank für deinen Vortrag. Es war wundervoll. Ansonsten, wenn ihr direkt selbst Hand oder Zunge oder Mund anlegen wollt, gleich folgt ein Workshop zu Marte und Marte-Tasting im entsprechenden Workshop-Raum. Gerne auch mal in den Farbland schauen. Ansonsten, wie gesagt, gerne nochmal beim Prackwasser-Talk vorbeischauen oder in der Prackwasser-Kombüse und stay safe, drink some Kaffeein. Die Bar freut sich auch. Applaus und dann mit dem Schiff auf dem Schiff mit dem Schiff mit dem